A Voice Crack of Germany, Leute. Da sehen wir uns drin, oder? Ich sag's euch, 100 Prozent. Ich wette 10 Sub-Gifts, dass ich in dieser Compilation nicht auftauche, weil ich keine Voice Cracks hab. Let's go. Andere große Green Screen. Green Screen. Green. 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 Ist sie nicht cute? Green Screen. Muss ein bisschen aktiver werden. Ich. 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 Generell Spiele? Ich würde sagen... Aber ohne dich unterbrechen zu wollen, Bruder. Oh, was? Einfach ein umgekehrter Voice Crack. Äh, Voice Crack. Ein umgekehrter, der nicht geht, sondern... Ja, Bro, ohne... Digga, kurz vorm Teufel besessen, der arme. Bruder. Bevor... Korin, willst du Impact Trinken? Alter. Scheiße. Man hat dieses Jahr mehr Voice Cracks als sonst, ich schwör's euch. Ein, ein, ein. Beispiel. Beispiel. Oh mein Gott, mein Voice... Ähm. Anders als vorher. Aber zur GLC... Äh, okay. Hä? Okay. Ja, ID. Stark, Antonia. Danke, Vibrator. Hab ich diesen Voice Crack gehört? Wirklich, das war ein geiler Ausflug, äh, Dings. Also, wir haben uns doch damals überlegt, 2014, weil das auch, ich werde das nie vergessen, als ich in Australien war. Ob... Als hier in Australien... Junge, warum sind Voice Cracks so geil und so, so unangenehm? Wir uns ein Tonstudio suchen. Und, ähm... Ja, ja. Was war... Sorry. Okay, ist da vorne nicht schon das wie so? Chillige Antwort. Einfach Villager-Sound. Er hat dann halt Schluss gemacht, war mir aber auch egal, weil, wie gesagt, du warst halt 12, ne? Du... War halt keine Liebe. So, ja, geil, ich hab ne... Freundin aber... Das würde für direkt rausfallen. Das ist... Ist ein... Ist ein Traum, oder? Jeder möchte mal... Antonia, jetzt lass das doch mal, what the fuck? Ich kann keine Voice Cracks haben, Antonia. Wo ist einer? Hä? Aber der ist doch nicht am Friendship Beam gestorben. Du Jungs, das Ding muss weg. Ich hab... Ich hab Full Boost, ehrlich. Nein! Oh Gott. What the fuck? Einfach so ne Tür, die aufgeht. Guck mal, so Gartentür, die aufgeht. Nein! Warte. Nein! Junge, Junge, Junge. Oh Gott, was sagt das? Hä? Hä? Gleit richtig gut, Kevin. Ja. Ich hab sogar Zeit gehabt, weil da keine Gegend sind. Da ist sogar noch im... Glaubt ihr, man hat dieses Jahr mehr Voice Cracks als vorher, weil man mehr in... Drinnen ist und deshalb hat man mehr als vorher, weil wegen Corona... Checkt ihr? Durch die Maske? Durch die Maske. Dieses Jahr gibt es einfach wirklich mehr Voice Cracks als sonst. Das kann mir keiner erzählen. So, da wartest du. Oh, das wird keiner rausgehen. Ich weiß es selbst. Ich muss auf Views Custom Words exklusivly, dann kommen nur unsere Custom Words. Hör, hör, hör. Hallo, test nochmal. Test, test, übersteuer ich immer noch. Hallo, hallo. Test. Was laderst du, Alter? Was laderst du? Wie geht das? Das kannst du dir so als Shortcut da ranholen. An der Seite da. Oh mein Gott, wie clean war das denn? Spielt es ja 100? Nee, oder? Hey. Digga, es war so clean. Voice Cracks hat anhört es doch. Willst du einkaufen, Digga? Viel Spaß, komme später rein. Ja, easy, Manu. Bis dann, Digga. Ich werde noch lange live sein heute. Es freut mich, Bro. Willst du eine Zerreißprobe? Äh, eine Zerre... Perfekt, Voice Cracks. Ja, geil. Willst du eine Zerreißprobe? Einzige Zerreißprobe war jede Beziehung. Ach Mann! Ich schwör's, Leute. Ich muss wirklich in so einen Hirnscanner rein, Alter. Irgendwas läuft da oben nicht richtig, Digga. Position und zusammen mit Jo bekleide ich jetzt diese Position schon seit einiger Zeit. Sag das noch. Dann, oder? Die werden noch Bemo. Jungs, mach nix. Top, top. Oh Gott, was nen Voice Crack. Oh mein Gott. Ein YouTuber in der Runde, ne? Ich glaube sogar zwei. Was? Nee, wir haben noch einen Monitor im Keller. Ja, das passt schon. Ach du Scheiße, Digga. Chilliges Setup aber. Und geiler Voice Crack mal wieder, Antonia. Das passt schon. Ach du Scheiße. Sehr, sehr gut. Seht ihr, Leute? Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Ja, ja. Das ist der Krasseste. Ich komm hier rein. Ich hab direkt einen Videotitel fürs Video. Ich kann eigentlich schon wieder gehen. Ich kann einfach nicht schon wieder gehen, Digga. Oh, wie chillig, ey. Ja, wie läuft's hier? Ey, ihr macht richtig Progress hier, merk ich. Wir progressen hart. Das ist der unangenehmste von allen. Alter, was war das für ein ekelhafter Voice Crack? Ja, das war übel, der Voice Crack. Alter, wie unangenehm war das denn? Wie...